Ich lasse Mr. Tops in Wodka für eine Woche, oder bis ich nicht mehr abwarten kann. Und jetzt warten wir. Es ist ein Monat vergangen und das Ganze sieht jetzt so aus. Ich glaube, da lebt jetzt wer anders drin. Das riecht übelst nach Snickers. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt erstmal. Die Snuts. Guten. Die waren übelst weich und waren so vollgezogen mit Wodka. Das war übelst eklig. Da würde ich sagen, es ist Zeit. Für einen Shot. Dalboja. Na, na. Also mein Geschmack war es nicht. Aber wer auf sowas steht, dem gefällt das bestimmt ganz gut. Für mich war es nur eine 4 von 10.